Hallöchen Freunde, und hier bin ich wieder mit einem kleinen Info-Video, oh yeah. Okay, ja, ähm, und zwar, was ich euch bei diesem Info-Video sage, dass ich diese Woche, oder beziehungsweise letzte Woche, ähm, nicht mehr so viel Videos hochgeladen habe. Und diese Woche werde ich auch kein Video hochladen, weil ich habe sowas geplant, ähm, dass ich mal, ja, mal was schauen und, ja, damit ich mal, ein bisschen was tue, also produziere etwas und, ja, damit ich etwas vorher produziere und dann noch einen Uploadplan mache, so, damit ihr schön meine Videos gucken könnt und was weiß ich. Ähm, was ich noch geplant habe, äh, ich habe ganz vieles geplant, was bei dieses Jahr, also, was für Projekte ich schon mal anfangen werde. Oh ja, ein Projekt beginnt dann schon, also, ein Projekt, äh, ein Projekt hat auf, also SSBB, das ist ja schon bald zu Ende. Und, ja, da beginnt das nächste Projekt. Und dann beginnt, glaube ich, noch ein Projekt. Und dann noch eins, glaube ich, ja. Und dann, Super Smash Bros. für Wii U. Und dann Mario Kart 8. Oh ja, oh ja. Oh ja, das wird geil, das wird geil dieses Jahr. Auf jeden Fall wird diese Woche kein Video kommen, also Montag der, Montag der 27. bis 31. Bis zum 27 bis 31. Jänner. Und, ja, da werden keine Videos kommen oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht genau, was ich mache, ehrlich gesagt. Ich habe gar keinen Plan, was ich mache heutzutage. Ach man, Leute. Ich sage es euch, macht es besser, was Anständiges. Und, ach was, tut es, was ihr macht. Es ist sowieso, überhaupt so, ne. Also, ihr wisst ja, was ich meine, ne. Also, jetzt habe ich mich, glaube ich, verplappert irgendwie, aber egal. Dann sage ich mal, tschau Leute, bis dann. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, ja. Ich glaube, das war's. Ja, ich glaube, das war's. Oh ja. Ich werde dann irgendwie, irgendwie so ein Gameplay in Hintergrund trennen lassen. Wieso rede ich eigentlich weiter? Ich glaube, das war's, oder? Leute, hier ist eigentlich nur Blödsinn. Hier rede ich einfach irgendeinen Quatsch. Hm, 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 hm. Oh ja, Leute. Oh ja, Leute. Ich habe ein neues Spiel gekauft. Und zwar, das heißt, äh, wie heißt das nochmal? Dragon Ball Z Battle of Sea. Genau, das habe ich mir gekauft. Oh ja, das ist echt geil. Das ist echt geil. Wieso ich euch das sage? Ich weiß es nicht. Wieso ich das bei diesem Info-Video sage? Das weiß ich auch nicht. Ach man. Ach man. Ich weiß nicht. Vielleicht rede ich gerne. Ich glaube, ja. Ich rede gerne. Ich rede gerne. Oh ja, was habe ich noch? Oh ja, ich habe ein Mario Party für den 3DS Island Tour. Das ist, naja, nicht wirklich toll. Nicht wirklich toll. Nee, 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 nee. Was habe ich noch? Nee, sonst habe ich nichts Neues, oder? Habe ich was Neues? Nein, ich glaube, es ist was. Okay, Leute. Ciao. Bis dann. Und ich habe es euch gefallen. Oder Moment mal. Habe ich was Neues? Nein, ich habe nichts. Ciao. Ciao.